Gitarre lernen in zwölf Monaten. Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal den Kurs von Christian Konrad an. Hierbei geht es um einen Gitarrenkurs für Anfänger. In diesem Gitarrenkurs soll innerhalb von zwölf Monaten das Gitarrespielen so erlernt werden, wie es der Fall wäre, wenn man regelmäßig einen Unterricht besuchen würde an einer Musikschule. Dies ist aber eben durch diesen Onlinekurs nicht notwendig. Der ist im Großen und Ganzen nicht nur günstiger als ein normaler Gitarrenunterricht, wenn man ihn über diese zwölf Monate hinweg besuchen würde, sondern eben ist das Ganze auch zeitlich deutlich flexibler, sodass man nicht die Wohnung verlassen muss und den ganzen Kurs dann eben von zu Hause aus durchnehmen kann. Das ist der reguläre Preis. Wir haben unten in der Infobox auch noch den aktuellen Angebotspreis-Link. Lohnt sich da dementsprechend mal reinzuschauen und jetzt wollen wir doch mal diesen Kurs besprechen. Zunächst einmal sprechen wir über den Ersteller des Kurses. Also wer ist Christian Konrad? Christian Konrad ist Gitarrentrainer, der bereits seit 2000, seit dem Jahr 2000 Gitarrenunterricht gibt und sich eben auch durch seine Onlinepräsenz christian-konrad.de online deutschlandweit einen Namen gemacht hat in der Szene. Und ja, sein Hobby ist das Gitarrespielen. Er hat früher oder später dann eben dieses Hobby zum Beruf gemacht und hat dann mit der Zeit diesen Online-Kurs entwickelt. Christian Konrad, also der an der Hochschule für Musik in Dresden studiert hat, hat eben dann sich, nachdem er seinen Studiengang abgeschlossen hat und sich auf Popularmusik spezialisiert hatte, hat er früher oder später begonnen, an seinem eigenen Kurs zu arbeiten. Dieser Kurs ist aus seinen insgesamt 15 Jahren Lehrerfahrung entstanden und insbesondere ist dieser Kurs deshalb an Anfänger gerichtet, die das Gitarrenspielen neu erlernen wollen und auch keinerlei Vorkenntnisse benötigen. Somit besteht der Kurs aus diversen Videos, die zusammen mit schriftlichen Beigaben eben das Gitarrenlernen Schritt für Schritt vermitteln sollen. Auch Player-Songs sind mit dabei und zusätzliche Materialien, die eben das Ganze ein bisschen einfacher gestalten sollen und eben dieselben Inhalte, die bei einem gewöhnlichen Gitarrenunterricht sinnvoll sind, werden dann hier inklusive Lehrplan mitgegeben. Den Lehrplan kann man sich hier auch herunterladen und einmal anschauen. Das können wir auch mal machen. Das hier ist nämlich der gesamte Lehrplan, der in verschiedene Lektionen unterteilt ist. Insgesamt sind das 52 Lektionen, also über 52 Wochen erstreckt sich dieser Kurs und als kleines Bonus-Element sind dann auch noch Weihnachtslieder mit dabei, sodass man diese spielen lernen kann. Und wir schauen hier noch kurz in die Einführung bzw. der Kurs beginnt eben mit einer Checkliste, die auch den Gitarrenkauf noch berücksichtigt. Die Teile der Gitarre werden erklärt, die Seitennamen, wie die Gitarre zu halten ist, Griffbilder. All diese Elemente, die eben Basis sind für das Gitarrespielen, werden in der ersten Woche Schritt für Schritt und sehr bildlich eben übermittelt. So, hier ist auch noch ein kleines Video mit Informationen. Du möchtest Gitarre lernen, aber dir fehlt die Zeit oder das Geld für wöchentlichen Unterricht in der Musikschule? Du bist also auf der Suche nach einem preisgünstigeren oder einfach bequemeren Weg? Dann könnte mein Kurs Liedbegleitung für Einsteiger für dich die perfekte Lösung sein. Hier lernst du innerhalb eines Jahres das Gitarrenspiel von Grund auf. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Es gibt wöchentliche Videolektionen, mit denen du immer genau weißt, was der nächste Schritt ist, was du zu tun hast und mit Übeplänen und vielen weiteren Dokumenten wird das Ganze unterstützt, sodass du voll versorgt bist. Damit kannst du natürlich von zu Hause aus lernen oder wo auch immer du dich gerade aufhältst und zu einer Zeit, die du dir jede Woche neu wählen kannst. Außerdem kannst du jederzeit mit mir als den Gitarrenlehrer und Ansprechpartner E-Mails schreiben oder Kommentare mit deinen Fragen in die einzelnen Lektionen posten, sodass ich dir auch eben deine persönlichen Fragen immer gleich beantworten kann. Zu meiner Person, ich bin Christian Konrad, ich habe Gitarre studiert an der Musikhochschule und danach 15 Jahre an Musikschulen als Lehrer gearbeitet und auf der Basis dieser Erfahrungen ist eben mein Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger entstanden, die mittlerweile auch schon unzählige Leute nutzen, die damit wirklich Gitarrespielen gelernt haben. Schau dir ruhig mal die Teilnehmermeinungen und auch Videobewertungen dazu an. Du kannst das genauso lernen. Das sind alles normale Leute, die ohne Vorwissen angefangen haben. Und das Ziel des Kurses ist, dass du in einem Jahr auch deine persönlichen Lieblingssongs dir selbst erarbeiten kannst. Ich versetze dich in die Lage, beliebige Lieder auf der Gitarre begleiten zu können. Alle weiteren Infos zu diesem Kurs findest du auf der Webseite. Einfach mal auf den Link klicken und du kannst damit sofort loslegen. Melde dich an und lern noch heute die ersten Gitarregriffe. Also schau dich mal um und ich würde mich freuen, dich groß begrüßen zu dürfen. So, das war jetzt noch einmal kurz die Vorstellung von Christian selbst. Insgesamt haben wir uns im Vorfeld auch noch die Meinungen bei ProvenExpert angeschaut, die alle zum sehr, sehr großen Teil sehr positiv ausfallen. Dementsprechend wird vor allem eben die Einfachheit des Kurses gelobt, auch der persönliche Support. Man kann Christian eben bzw. das Team anschreiben bei Fragen. Und ja, es gibt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Insgesamt 4,8 von 5 Sternen hat das Ganze. Und ja, man kann den Kurs, wenn man unzufrieden sein sollte, innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Hier stehen auch noch mal die Inhalte des Kurses. Wie eben schon erwähnt, auf 56 Wochen. Die Videolektion unterteilt. Insgesamt 22 Stunden Videomaterial. Kann man sich einteilen, wie man möchte. Und die Bonustracks sind auch mit dabei zum Mitspielen. Das Ganze wird abgewickelt über den sicheren Zahlungsanbieter Digistore24. Kann man hier per Paypal bezahlen oder Vorkasse. Und dann erhält man einen Link per E-Mail und kann im Prinzip sofort mit dem Kurs loslegen.